Hallo, wir sind heute in Wels beim Andreas Heimbuchner im Institut für nachhaltiges Wohlbefinden. Und der Andreas erzählt uns heute etwas über seine Erfahrung mit seinem Boxspringbett vom Meerweins. Andreas, wie geht es dir damit? Ja, ich muss sagen, es war die perfekte Entscheidung, dieses Bett auszuwählen. Also, bei Frauen, die wir schlafen und liegen in dem Bett, einfach wirklich traumhaft. Es gibt einen einzigen Nachteil an dem Bett, und das ist, man steht in der Früh nicht gern auf. Also egal, wie lange man drinnen liegt, man fühlt sich einfach wohl. Und das Beste daran war eigentlich, wie es zu dem gekommen ist. Weil ich wollte am Anfang eigentlich gar kein Bett, ich werde bei dir problegen, und dann habe ich einfach gemerkt, man liegt so gut, und dann haben wir durchprobiert, und dann haben wir einfach gesehen, okay, das Bett, da liegen wir einfach richtig drinnen, das wollen wir auch. Und diese Entscheidung, die war einfach gut richtig. Die haben mir seither keine einzige Nacht in Frage gestellt. Das war einfach genau das perfekte Bett für meine Partnerin und für mich. Super. So gesehen haben wir alles richtig gemacht. Ihr seid zufrieden, da gibt es ja auch Zukunftspläne in der Familie, also da haben wir sozusagen auch eigentlich mit beitragen können. in diesem Sinne herzlichen Dank für die Referenz. Danke nochmal. Wir sind in Wels beim Herrn Andreas Heimbuchten im Institut für nachhaltiges Wohlbefinden. Und wir sehen uns wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.